Hallo und herzlich willkommen bei Morphish. Heute möchte ich dir den neuesten Zugang in der Morphish Produktfamilie vorstellen und zwar diese Multifunktionszange. Die Zange hat eine Länge von 18,5 cm und deshalb Multifunktionszange, weil man sie nicht nur zum Lösen von Haken nutzen kann, sondern du kannst hiermit deinen Vorfächer kürzen, wenn du unterwegs bist und musst basteln oder Vorfächer tauschen. Sie hat hier, was relativ cool ist, ich gehe ein bisschen näher ran, zwei 5-Punkt-Quetschhülsen-Bereiche und zwar so aufgegliedert, dass du wirklich Quetschhülsen von ungefähr 0,6 bis zu 2,4 mm, also auch Doppelquetschhülsen, damit wirklich sicher befestigen kannst. Des Weiteren hat sie hier oben diesen Haken zum Lösen von Sprengring. Das funktioniert wunderbar, wenn du es beispielsweise bei einem Drilling, wenn ein Schenkel vom Drilling gebrochen ist oder du unterwegs was enden möchtest, kannst du das relativ elegant lösen. Das funktioniert nicht nur für große Köder, sondern auch für relativ kleine Köder. Wie gesagt, Zange ist rostfrei. Ich finde sie da ziemlich cool aus und sie kommen zusammen mit einer Kunststoffhülle. Das ist diese hier. Darin ist sie sicher vertaut. Man kann zusätzlich zur Sicherung auch noch diesen Sprengring dran machen, dass wenn du am Wasser unterwegs bist oder im Unterholz oder vielleicht auch im Boot, dass du sie nicht verlierst. Kann man aber auch sein lassen. Je nachdem, je nach Geschmack. Genau, sie hat hier hinten noch eine Lasche. Damit kannst du sie an deinem Gürtel befestigen und mein Team und ich haben uns das Ding angeguckt und wir finden, das ist echt eine ziemlich coole Zange, die ganz viele andere Zangen an Bord unnötig macht. Und ja, ich hoffe es hat dir gefallen und bis dahin, Title 1. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.